Kinder. Für ein Experiment. Ich weiß, was sie sagen wollen, aber es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Probande. Wir sollen jetzt beginnen. Das ist Nico. Er ist ziemlich schräg. Ein perfektes Opfer. Warum machst du bei sowas mit? Ich will nicht mehr so einer sein wie du jetzt hier. Verstehst du? Jetzt kommt das Beste. Stopp! Warum lässt du uns eigentlich da mitmachen, wenn es so gefährlich ist? Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Nico? Hilfe! Die sind alle hinter mir her. Überleg dir mal, wie das in Zukunft nicht mehr weitergehen soll. So jedenfalls nicht. Willst du uns erschießen oder was? Die wollen uns gegen Doppelgänger austauschen. Wenn du morgen wieder nach Hause gehst, sind diese alle wieder verschwunden. Also was ist jetzt hier los? Kriege, Atombomben, Katastrophen, all solche Dinge passieren jetzt. Und Sie wollen mir sagen, dass das von intelligenten Menschen gemacht worden ist?